Ja, abenteuerlustig wie eh und je begrüßen wir euch zurück zu Let's Play Mowind. Ja, und wir sind Valo und Astena. Wer hätte es gedacht? So, in der letzten Folge sind wir aus Balmora aufgebrochen zu großen Abenteuern und ja, die Klippenläufer am Horizont versprechen viel. Denn das ist natürlich ein gutes Omen hier für uns, der wir noch nicht mal Klippenläufer kennen, denn wir sind eigentlich Nord. Oh Gott. Genug davon. Jetzt kommt ein Kampf, der... Was ich kurz sagen wollte, ist an der Brücke... Moment. Oh, okay. Moment. Achso, in Bezug auf die Brücke jetzt meinst du? Ja, ja, in Bezug auf die Brücke. Weil die Schriftzeichen am Rand der Brücke, die bedeuten auch was. Also das sind wirklich Wörter. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, weil ich halt die Schriftzeichen nicht kenne. Ja, das ist... Leute, ist das... Ist das Dwemasporn? Äh, ja. Sehen wir. Wir gehören mehr! Ähm. Ich glaube, das sind ähnlich wie die Dädrischen Schriftzeichen. Also für die Dädrischen Schriftzeichen muss ich aber sagen, also es gibt im Prinzip, um das jetzt mal so einen kleinen Exkurs darüber zu machen, es gibt im Prinzip hier diese Rasse von den Dwemern, da oben sehen wir auch eine Statue von welch ein. Über die werden wir gleich ein bisschen mehr erfahren. Die sind im Prinzip halt ja nicht mehr ganz so vorhanden. Und das war ihre Schrift. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese, ja, diese, ähm, normale Dädrische Schrift, die halt von den Dunmern verwendet wird auch, ne? Und die halt auch normal verteilt ist. Ja, dann gibt es noch die Dädrisch-Schrift. Ja. Die gibt es ja auch noch. Also es gibt einiges an Schriften. Wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal mit dem nicht-nordischen Typen mit der blauen Unterhose seine Nordstiefel abnehmen. Die hat er nämlich gar nicht erst verdient. Und ja, also ich muss sagen, wir haben den Kampf gerade auf irgendeine Art und Weise gewonnen. Ähm, ging sogar ziemlich gut. Muss ich sagen, dass ich den Kampf schwieriger in Erinnerung habe. Und eine Sache möchte ich mal kurz überprüfen. Schwierigkeit ist auf Null. Vielleicht hast du dich vorher nicht ausgerüstet. Ähm, wollen wir die Schwierigkeit auf irgendwas Höheres stellen als auf Null? Ja, das sollten wir. Weil, weil, also es gibt auch noch minus 100, aber wollen wir, was wollen wir denn für eine Zahl? Irgendeine Zahl zwischen... 50. Okay, machen wir erstmal 50 hier. Wenn es zu einfach wird, können wir es ja ändern. Ja, oder zu schwer. Ja, gut, das ist doch nicht auch wichtig. Was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Genau. So, und wir werden jetzt mal erstmal in Richtung unseres ersten Dungeons uns bewegen. Also es kann auch hier, glaube ich, enden, dass er mehr als nur ein Skelett ruft. Wir haben ja gesehen, er hat ein Skelett gerufen. Ähm, da kann es auch kommen, dass er ein bisschen mehr Scheiße ruft. Und ja, wir kommen gerade schon an eine interessante Sache. Nämlich unser Gewicht ist im Prinzip von unseren Sachen relativ überfüllt, würde ich sagen, oder? Wir haben ziemlich viel Scheiße. Weißt du, wie es ist mit den Sachen, die in Kisten gelagert werden? Wie lange halten die? Äh, das ist unterschiedlich. Also es gibt Leute, die behaupten, steif und fest es gebe ein Skript, der die Sachen irgendwann verschwinden lässt. Und es gibt genauso auf der anderen Seite Leute, die genauso steif und fest behaupten, dass die für ewig da drin bleiben. Das ist so eine der strittigen Fragen. Ich, äh, was aber, soweit ich weiß, immer geht, wenn du uns das einfach drauflegst. Ähm. Ähm. Die Sache ist halt, ich würde gerne in den Dungeon gehen und möglichst viel wieder mit rausnehmen. Naja, als dass du es praktisch auf die Kiste drauflegst, einfach. Ja, aber wir haben so viel Scheiße, die können wir nicht auf der Brücke verteilen. Wollen wir dem Fass vertrauen? Ja, zur Not laden wir einfach neu. Ja. Ich meine, das ist ja nicht so viel. Also wir haben hier schon mal unseren ersten... Wir verlieren ja nicht so viel. Ja, unseren ersten im Prinzip Gegenstand, also wir werden jetzt erstmal die ganzen Bücher hier loswerden. Ähm. Kann ich irgendwie... Wenn ich Steuerung gedrückt halte, ne, muss ich echt ziehen. Vor allem die Axt halt ist schwer. Ja. Diese Waffen halt. Ähm. Wir sehen also, wir sind hier oben. Das ist unser, quasi unsere... Das Gewicht, das wir tragen können. Hm. Und die Sache ist halt... Dass wir nicht ewig Sachen prinzipiell teuren können. Und in dem Dungeon relativ viele Sachen finden werden, die ziemlich viel wiegen werden. Gegenstand zu groß. Die Sachen haben ein Maximalding, das man reinlegen kann? Ja. Das ist auch interessant. Okay, das wusste ich nicht. Oder das hat dich verdrängt. Sagen wir es... Du kannst den Eisenbrust-Harnisch nicht in Kisten tun? Äh, das liegt daran, dass praktisch, äh, die einzelnen Sachen, soweit ich weiß, auch eine Gewichtsklasse haben. Äh, Gewichtsgrenze haben, so wie wir. Ja, aber ich wollte gerade in die Kiste diesen einen Harnisch tun und da wollte die Kiste das auch nicht. Okay. Interessant. Ja gut, also ich wette, ist die Gegenstand zu groß? Was ist das denn bitte für eine Fehlermeldung? Irgendwas? Auch hier ist die zu groß für die Kist. Das... Ne, Schuhe für eine Kist. Also irgendwas scheint mit dem Skript irgendwo teilweise nicht in Ordnung zu sein. Es kann sein, dass die Kisten, ähm, da auch nichts drin liegt, dass die darauf, äh, dass die quasi gar keinen Inventarplatz haben. Das wär aber scheiß. Das wär ziemlich schwachsinnig, aber es gibt so kleinere Probleme in Morrowind, sag ich mal. Also wenn du was drin legst, kann man auch was reinlegen. Das ist so eigentlich die Standardregel. Ja gut, die restlichen Sachen können wir dann hoffentlich, können wir nicht mal mehr ein Buch da reinlegen? Ne. Okay. Dann mach ich jetzt einfach mal ein... Ja, wobei ich kann ja quicksaven zum Glück. Zum Glück kann ich quicksaven. Machen wir jetzt einfach mal ein quicksave. Und dann nochmal direkt einen richtigen Save danach, falls da irgendwas jetzt mit den Skripten nicht so ganz, äh... Nicht so ganz funktionieren sollte. Ähm, ich bin da immer ein kleines bisschen vorsichtiger. Also was, was kaputte Skripte angeht. Wir haben gleich etwas ähnliches, was der Grund dafür ist. Ich weiß nicht von den Leuten, die mein Gothic-Let's Play gesehen haben. Äh, wir sehen hier öffnet sich ein Tor und wer weiß, ähm, wer weiß was? Und in... Ähm, in Gothic gibt's auch ein Tor, das sich öffnen lässt und wieder schließen lässt. Nur der Witz an der Sache ist, dass es ein Bug gibt, bei dem es so ist, dass wenn sich das Tor quasi... wenn man das schließt, dass es dann nicht mehr aufgeht und man das Spiel komplett neu starten kann. Ja. Und diese Türen sind auch interessant, also das ist quasi so eine Art... Schleuse. Schleuse. Und jetzt zum Beispiel kommen wir nicht mehr... raus. Es sei denn, wir gehen rein und... wieder so raus. Also... Ja, ja. Wie auch immer das funktioniert. Wir können das einfach. So, und damit sind wir in unserem ersten Dungeon im Prinzip. Ja, wir waren ja ganz kurz in der Angruft, aber da... Ja, ja. Das war ja weniger rumreich. Und bevor wir hier irgendwie doof weiter rushen, öffnen wir natürlich diese nette Kiste hier und finden etwas Schönes für uns. Denn was braucht jeder Abenteurer? Richtig. Eine Fackel. Und mit der Fackel werden wir uns dann hier mal ein bisschen runter bewegen. Also ich muss sagen, den ersten Quest hier in dieser... Akzent! Ähm, den, ähm... Den kann ich auswendig. Ziemlich. Ähm... Weiß sogar, glaube ich, wo sogar Gegner stehen. Das liegt einfach daran, wenn man das am Anfang so häufig gemacht hat. Und hier können wir im Prinzip schon... uns, glaube ich, ein Stückchen Weg abkürzen. Ja. Wenn wir hier unten einfach drauf fallen. Warum lässt mich das Spiel jetzt nicht mehr springen? What the fuck? Hä? Das Spiel sprichst gerade ein paar Tasten... Ach, wir schleichen. Oh. Gut, das erklärt einiges. Ja. Ähm... Und warum ist hier niemand? Äh, die sind unten. Alle? Ähm... Im Raum ist doch einer, oder? Also ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass hier, ähm... Auf der Ebene auch noch einer zumindest ist. Ja gut, also auf jeden Fall, unsere Quest ist ja diesen... Würfel zu festen. Diesen Würfel zu finden. Und wir haben jetzt ja im Prinzip schon gesehen, dass wir am Eingang direkt von einem Gegner begrüßt wurden. Was jetzt nicht unbedingt sonderlich in Richtung friedliches Endergebnis, ähm... hinweist. Deswegen sind wir jetzt natürlich von vornherein schon her ein bisschen vorsichtiger. Und da wir... Dass wir schon wissen, wissen, was passieren wird. Und nein, wir werden nicht so freundlich begrüßt und mit irgendwelchen Blumenketten um den Hals. Sondern mit einem Schwert. Oh ja, stirb, stirb. Das muss... Wow. Wir machen grad Schaden wie bescheuert. Kass. Wow. Also ich glaub, wir... Wir haben auch auf, äh, viel Ausdauer. Ausdauer? Ausdauer? Und... Wir machen erstmal... Erstmal gehen wir hier kurz noch eine Option raus. Und machen wir kurz eine Aufnahmepause. Okay, Sache hat sich erklärt. Das ist dieses Dampfding hier. Ähm... Das so rauscht. Ich dachte irgendwie, scheiße, jetzt ist irgendwas... Äh... Irgendwas... Irgendwas fängt an zu rauschen. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben da... Ein kaputtes Vor. Einfach so kaputte Dem... Dema-Technik. Und wir sehen auch hier... Also, die sind hier scheinbar Plünderer namens Krito. Also, ihr krittet gerne, aber das bringt dem jetzt auch nichts mehr. Schlechter Wort, willst du? Hey. Und Duzios Schlüssel. Ja, das ist so ähnlich wie der Turmschlüssel. Ansonsten finden wir jetzt ziemlich viele... Oh, dieses Rauschen ist ja furchtbar. Finden wir jetzt ziemlich viele Gegenstände, die wir auch einstecken. Denn Dema-Sachen sind standardmäßig einfach viel wert. Das heißt, wir werden vermutlich auch irgendwie vielleicht offscreen oder auch onscreen. Je nachdem. Hier nochmal hin zurückkehren, um die Sachen mitzunehmen. Und wir finden... Oh, ein Rätselwürfel. Ähm... Ja, was man auch dazu sagen kann, diese Ruine ist riesengroß. Und wenn man nicht weiß, dass es auf dieser Ebene ist, kann man in dieser Ruine stundenlang nach diesen Würfeln suchen und ihn nicht finden, wenn man direkt unten langläuft. Ja, man übersieht gerne diesen Part hier oben quasi. Dieses kleine Gebiet hier, das ist nicht so sonderlich ersichtlich. Und ich finde es auch interessant, dass man wirklich... dass man da eben nicht diese Hilfe bekommt, wie in vielen anderen RPGs. Oder auch so einen Questmarker oder so, gibt's ja gar nicht. Ja, das wär ja freundlich. Ja. Sicher, dass diese Ruine so groß war? So groß hab ich sie gar nicht in Erinnerung. Die ist wirklich... Doch, die geht bis zur Lava-Ebene, glaub ich. Ja, die geht richtig weit. Ui, wollen wir das jetzt machen? Nein. Wir können ja zumindest hier nochmal diesen einen... Ja, wobei, ne, im Moment. Eine Sache werden wir vorher machen, nämlich rasten. Weißt du, wie es ist mit der Fackelverbrauch? Ist das... Verbraucht das die... Wie auch immer wir hier schlafen können bei dem Lärm. Verbraucht sich... Können nicht Rasten zu lange feiern? Da sind... Och, komm schon, Spiel... Ah, hier geht's. Ja, wir rasten bis Gehalt. Ich meine, das macht ja keinen Unterschied. Verbraucht sich die Fackel mit, wenn wir rasten? Ähm, das weiß ich gar nicht. Es gibt so beim Moment manchmal Vermutungen, die man hat. Auch zum Beispiel das mit der Kiste, was wir ja vorhin hatten. Und den allgemeinen, den Container. Dass die Sachen dann despawnen irgendwie. Da gibt's sowas wie Vermutungen und man ist sich einfach nicht sicher. Weil es ist so, dass das Construction Set, also man... Das ist ja mitgeliefert, das ist praktisch der Editor. Da kann man sehr, sehr viel rausfinden, wie das Spiel funktioniert. Aber es gibt ein paar Spielmechaniken, die du darüber nicht findest. Und das ist halt schon... Schwierig. Irgendwie greifen die uns gar nicht zuerst an. Ja, das kommt drauf an. Also... Irgendwie reagieren die erst darauf, dass man sie auf sie einschlägt. Schleichst du noch? Nee. Okay. Aber gut, von den Schlammkrabben und den Fischen werden wir auch angegriffen, weil es kann daran auch nicht liegen. Vielleicht war es einmal nur ein kurzer Bug. Hoffentlich mal, wir gucken gleich mal, ob die Gegner uns ein... Ob sie uns überhaupt mögen. Also eben nicht, ihr mögen. Ja gut, 3 für 20 ist aber eigentlich schon ein gutes, guter Deal. Also man muss immer gucken, den Wert quasi mit dem... Aber ich glaube, die Fakern verbrauchen sich. Die ist gerade ziemlich schnell leer gegangen. Ähm... Man muss halt immer gucken, wie viel quasi ist die Sache wert und wie viel wiegt sie. Und danach halt beurteilen, was man halt mitnimmt und was man liegen lässt oder halt erst zum Später mitnehmen bringt. Also diese, diese Dwemer-Zahnräder sind, denke ich mal, legendär. Weil sie halt wirklich extrem viel wiegen, aber dafür halt auch was wert sind. Und deswegen... Na, muss man halt immer abschätzen. Wenn man nichts zu tun hat, dann läuft man halt quasi in den Dungeon und holt sich das wieder raus. Dann nimmt man auch so schön mit irgendwelchen Sachen, die einem quasi mehr Tragkraft geben. So reine Looting-Touren sozusagen. Ja, klar. Aber ich denke mal nicht, dass wir das im Let's Play machen, weil das wirklich furchtbar öde sein wird. Ja, kommt drauf an. Also, und ich... Deswegen würde ich sagen, dass wir vielleicht später hier nochmal zurückkehren. Weil es ist auf jeden Fall ein interessantes Gebiet, aber ich würde es... Ja, ich suche einen Gegner, der uns mal gut zeigt. Ja. Sie greifen uns an. Okay. Okay, ich glaube... Ich glaube, da hat sich's... Ausgehallöchen-pupulchert. Ich glaube, wir hatten bis jetzt fast den Piedermauern in Folge irgendwo in der Kontraferenz. Ja, irgendwie schon. Also, man muss dazu sagen, wir kämpfen jetzt hier gegen drei Gegner hintereinander, ohne einmal zu rasten. Und wir schaffen es so. Vielleicht sollte mir die Schwierigkeit trotzdem immer hochdrehen, weil irgendwie ist das ein bisschen... Ja, schon. Ich glaube, durch das Schwert haben wir ein bisschen Bonus da. Na gut, wir nehmen aber jetzt auf jeden Fall... Aber wir müssen sagen, wir waren ja auch arkt geschwächt jetzt. Diese Sachen hier noch mit, ja. Also, zu weit auch tatsächlich nicht. Ist halt auch die Sache, wie man in den Dungeon reingeht, ohne Ausdauer oder mit ganz viel Ausdauer. Das macht einen riesigen Unterschied. Ja, und ob man Schlachtross ist oder nicht. Schlachtross! Also, das ist schon extrem, wie schnell das Viech teilweise ist. Ich glaube, wir sollten mal rasten. Ja, wäre vielleicht besser. Weil irgendwie... Wir haben noch nicht so viele Sachen, dass ich wirklich sagen würde, dass wir... Wollen wir noch was aus dem Dungeon mitnehmen, oder...? Lieber nicht, weil wir werden hier auf jeden Fall zurückkommen, um das nochmal zu looten. Und wenn wir alles schon kennen, ist es ja langweilig. Naja, gut. Dann verschwinden wir mal und hören auf den Spaß, wer der warst du, ne? Ja, ja. Wie war das? Ja, Mama. Okay, äh, wir haben 235. Ja, okay, wir können sogar noch ein bisschen was aus unserer Kiste mitnehmen. Oder eher dem Fass. Ja, unserer Kiste mitnehmen. Und wir hören im Hintergrund, das Tor schließt sich wieder. So, und zwar unsere Pfeile. Denk ich mal, unser Schwert. Wäre auch ganz schön dabei zu haben. Gibt denn Pfeile überhaupt was? Ja, 0,10 oder sowas. Oh, okay. Wir laufen halt mit 200 Pfeilen rum, also sonderlich realistisch ist das jetzt, muss ich aber auch ehrlich sagen, nicht. Ja, gut, das ist schon mal wahr. So, und ich glaube, den Rest holen wir einfach irgendwann später mal ab, aus dem Kinderparadies. Ja. Jetzt verschwinden wir einfach mal zum guten alten Balmora. Und wir können eventuell mal was versuchen. Mich interessiert das, ob ich das schaffe. Was denn? Du weißt ganz genau, was. Oh, nein. YOLO! Ist da irgendwo Wasser in der Nähe? Da ist doch dieser Fluss, ne? Da, Fluss! Ah, nee, das ist Boden. Hä? Was? Was zur Hölle? Ähm. Außer, dass wir, glaube ich, in die falsche Richtung gesprungen sind, war das gar nicht mal so schlecht. Ja. Man kann auch auf der Karte Notizen hinzufügen. Oder? Moment, das ging doch eben. Wie habe ich das eben gemacht, oder kann man nur lokal? Notizen, wie habe ich das eben... Nur lokal geht das. Sicher? Ich weiß nicht, was genau. Nee, geht nur lokal. Okay. Dann markiere ich mal hier die Brücke. Damit wir da auch später hin zurückkommen. Okay. Und ansonsten, äh, quickloade ich mal, glaube ich, dass wir auch in die richtige Richtung springen. Ich würde hinlaufen. Die, ich finde, die Rollen sollten wir uns für was ganz Besonderes aufstellen. Ja, ist es doch. Schnell zurückkommen. Und warum ist jetzt ein Sandsturm? Was zur Hölle? Plötzlich ist ein Aschsturm. Ja, das muss man dazu sagen. Wir sind, glaube ich, jetzt auch in dem Aschland mittlerweile. Ja. Und die heißen nicht ohne Grund so. Also, das Problem ist dieser Vulkan, der halt ein bisschen Asche von sich gibt. Und das ist auch eine Sache, die ich bei Moe und Ewig gemacht habe, bis zum, weiß ich nicht was. Versuchen, irgendwelche Berge hochzulaufen. Oh, ja. Und zu springen und zu laufen. Und dann immer so diesen einen Punkt zu finden, bei dem man dann doch durchkommt. Ja, ja, genau. Aber es klappt irgendwann immer. Wo man dann halt über diesen dämlichen Berg rüberkommt. Denn es gibt wirklich teilweise Stellen, wo man an einem Berg komplett vorbeilaufen muss. Oder halt den intelligenteren Weg nimmt und halt drüber. Wobei das drüberlaufen meistens länger dauert, weil es einfach so schwierig ist. Ja, und wir sind schon wieder falsch abgewogen. Na, wunderbar. Aber wenn ich in die Richtung laufe, müsste ich eigentlich ankommen. Wir hören im Hintergrund das schöne Kampf-Theme von Moe und wir werden sogar von irgendwas angegriffen. Aber wir laden jetzt einfach erstmal den Bereich und... Ah, hier. Das ist nämlich ein Klippenläufer. Und ich weiß gar nicht, ob wir den bekämpfen müssen oder einfach ignorieren. Ja, wir treffen den so beschissen, die ignorieren wir einfach und fliehen in das nahegelegene Balmora. Vielleicht wird sich eine Wache drum kümmern. Ja, und uns von diesem bösen... dieser bösen Bestie retten. Oh, die macht uns jetzt tatsächlich Schaden. Scheiße. Mal sehen, kann... kann... Klippenläufer können nicht spüren, oder? Äh, ich glaube nicht, aber... Unsere letzte Chance ist nämlich der Fluss jetzt. Ach, du gute Güte. Äh, in der Hoffnung, dass hier keine schlechter Fische drin rumschwimmen? Im Fluss nicht. Nur im Meer, soweit ich weiß. Ja, oder in Seen sind hier aber auch teilweise rum. Ja, gut, Seen, aber nicht im fließenden Gewässer, sagen wir es so. Okay, ich glaube, wir sind dem... der bösen Bestie entkommen. Ja, oder sie ist einfach zu blöd zum Schwimmen. Das Problem ist auch, das ist eine der Sachen, die mich am Moment wirklich, äh... mir schlecht aufstoßen. Das ist halt irgendwie die gegnerische, quasi diese... diese, ob du noch im Kampf bist oder nicht, die Tection. Ja. Weil die Gegner teilweise irgendwie von komplett abstrusen Orten irgendwie meinen, dich noch bekämpfen zu müssen. Ja, es ist schon interessant, sagen wir es so. Und die Sache mit diesem Fluss ist, dass, wenn man in den Fluss reingefallen ist, man nicht mehr an das Ufer von Balmora ohne Probleme rankommt, sondern aus der Stadt quasi raus muss und dann von außen nochmal reinkommen muss. Weil es da keine Leiter oder sowas gibt, aber... Ich denke mal, wir haben ganz gut irgendwie gerade überlebt. Also, ich wusste nicht, dass Klippenläufer so stark sind. Ich meine, wir haben drei menschliche Gegner hintereinander ohne Probleme downe bekommen und jetzt kommt so ein Klippenläufer und frisst uns fast schon. Also, man merkt wieder irgendwie dieses... Man muss aber sagen, dass die, äh, Leute in Dungeons, äh, mitleveln. Aber, soweit ich weiß, in der Außenwelt nicht. Okay. Das glaube ich, also habe ich so gehört. Das ist auch wieder so eine Skriptsache. Ich dachte schon, äh, das Spiel hätte so ein leichtes Gothic-3-Syndrom, wo dann Wildschweine stärker sind als Orocs. Ey, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Äh, wir wollten zur Kriegergelde runter. Ah, ja, nee, hoch wollen wir zur Kriegergelde. Ah, okay, ja, das auch. Wir sind fast tot, äh, ist ein bisschen doof. Was sagt ihr? Ja, in der Südwall-Tarwellen gibt's auch Betten. Ja, aber dafür müssen wir ja Geld zahlen, dann gehen wir lieber... Oh, nee, nee, nicht zur Klippskasse. Ich glaube, da nehmen wir uns lieber ein Hotelzimmer. Das ist besser. Äh, aber auch nicht mit der Frau... Könnt ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Oh, ich glaube, wir sind in der falschen Gilde. Ähm. Ja. Ja, also, hier muss man so ein leichter... ...einen Sprung rüber machen und schon wird aus der berobten Frau eine Frauenrüstung. Okay, wir sprechen dann nochmal, denke ich, als letzte Sache, die wir in der Folge machen... Oh, können wir in der Kriegergelde eigentlich schlafen? Ja, können wir. Als letzte Sache, die wir quasi in der Folge noch machen, werden wir dann mit dem Historiker... Jetzt werdet ihr sterben. Was? Jetzt werdet ihr sterben? Ach du Scheiße, das fängt jetzt schon an? What the fuck? Der ist in dem Ding drin gespawnt, ist das geil. Oh, na wunderbar. Ja, ähm, was sind das für Gegner? Das sind Assassinen. Ja, das sagt der Name schon. Ähm. Ja. Äh, die spawnen da drin, wenn's Doppelbetten sind. Das ist etwas ärgerlich. Das liegt daran, dass es in der Erweiterung keine Doppelbetten gibt. Ist wirklich so. Das ist, zumal ich weiß, der Grund. Naja, auf jeden Fall weiß ich auch, dass man sich anhand von diesen netten Typen dumm und dämlich, ähm, verdienen kann. Äh, und sie tragen halt ihre leichte Rüstung, die halt... Wie, wir sehen, wir sehen ja den Wert, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung, was die Leute dabei gedacht haben. Das ist schon krass, muss man sagen. Ähm, eine Sache müssen wir machen. Wir haben gerade gesehen, die Beschreibung ist auf Englisch. Das hat einen Grund. Ich hab nämlich einen Mod drin, der die besser aussehen lassen sollte, diese Rüstung. Und dann ziehen wir jetzt einfach mal diese dunkle... Dark Brotherhood, äh, Ausrüstung, also dunkle Bruderschaftsausrüstung einfach mal an, ne? Ja. Weil mich interessiert, wie die aussieht. Ja, wenn die hört cool aus. Na ja, wir tragen leider zu viele Gegenstände. Äh, sieht aus wie eine Burka. Ähm. Können wir das auch... Naja, geht. Ohne Maske? Wir sehen aus wie der Tod. Ja. Der Tod in Person. Äh, wir ziehen trotzdem noch... Passt aber zur dunklen Bruderschaft. Jo, wir ziehen einfach mal... ...unsere Ausrüstung wieder. Aber bei der Helm sieht irgendwie scheiße aus. Soll ich nicht sein. Ähm. Ach, äh, falls ihr zufällig Oblivion- oder Skyrim-Spieler seid. Leider kann man, äh, der dunklen Bruderschaft in Morrovin nicht beitreten. Aber dafür eine Art Äquivalent. Jo. Und ich denke, in Ehren dieses neuen, schönen Moddes, der unsere Dings verbessert, unsere... ...die Ausrüstung, werden wir einfach mal den Helm behalten. Beziehungsweise die... Ne, sieht aus... Ne, sie... Kaputt. Das sieht nicht gut aus. Das ist das Problem. Wobei unser rechter Arm ist auch noch nicht, ähm... ...wieder in der Kriegsausrüstung. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das sieht echt aus irgendwie wie so ein... Ne, das sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. Okay. Äh, vergesst, was ich sagen wollte. Ähm. Das geht nur komplett. Ja. Das geht echt nur komplett. Ich möchte nur meine dämliche Ausrüstung ablegen, dass ich nicht zu viel... ...Sachen mit mir rumschleppe, verdammt. Und ich möchte nicht irgendwie... Na gut, ich muss ein paar... ...Pokale, glaube ich, ablegen. Ja gut, ein paar mehr. Egal. Sammeln wir irgendwann später wieder ein. Die Folge geht auch schon wieder irgendwie... ...bisschen länger als ihr sollt. Aber wir sprechen jetzt einfach nochmal mit... ...dem guten Hass-Part. Und dann war's das, denke ich, auch so. Ja. Wen kannst du jetzt sagen? Ja, natürlich. Dauert nur einen Moment, weißt du ja. Also, ihr habt mir einen kleinen Gefallen erfüllt, ...um den ich euch gebeten hab. Hatte. Perfekt. Genau, was ich suche. Gebt mir diesen Dwemer-Rätsel-Würfel ...und ich werde euch sagen, was Karius über das sechste Haus wissen will. Und über den Nerevarin. Übrigens scheint die Inschrift auf dem Würfel eine Anleitung zu sein, ...wie man einen dwemerischen Schlüssel so benutzt, ...dass er ein bestimmtes Schloss öffnet. Wenn es euch interessiert, kommt zurück, nachdem ihr den Bericht an Karius geliefert habt. Vielleicht habe ich dann einen Schlüssel, den ihr mit nach Hand nehmen könnt. Dwemer-Rätsel-Würfel aus Inventar entfernt. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Ja. Ähm. Ja. Die Inschriften auf dem Würfel scheinen die Richtung anzugeben, ...in die man einen Dwemer-Schlüssel drehen muss, ...um ein bestimmtes Schloss zu öffnen. Wenn es euch interessiert, kommt zurück. Ja, das kennen wir ja schon. Ne, gut, über den Nerevarin vielleicht noch. Okay. Die Aschländer glauben, dass ein wiedergeborener Nerevar ...die Dunmer gegen die Fremdländer vereinen ...und die einst bestehende Nation der Dunkelelfen neu beleben wird. Nerevar ist ein legendärer Held und Heiliger des Tempels. Aber der Tempel verleugnet die Prophezeiung ...und verfolgt die Ketzer, die an den Nerevarin ... ... in den Glauben. Teilt Kajos mit, dass ein geeigneter ... Schangra Muskop! ... ein geeigneter Gesprächspartner wäre, um es ... Bei dem Namen nicht. ... wenn es um einheimischen Glauben und Aberglauben geht. Soll ich Angtan auch vorlesen? Ne, ne, hatten wir schon. Was ist denn Feuer? Feuer bedeutet in der Sprache der Aschländer Feuerfluss. Auch die tiefen, dunklen Schluchten, die vom roten Berg herunterführen, ...werden Feuerder genannt. Okay, also sowas wie ein Fjord. Nur halt mit einem bisschen anderem Hintergrund. Kriegergilde? Ja gut, Kriegergilde ist, denke ich mal, kann man sich ganz gut vorstellen. Quasi die Leute, die man fürs Grube dann halt anwirft. Worum geht es denn? Äh, anwirft. Anwirft was? Anwirft, um dann halt irgendwelchen Leuten aufs Mord zu geben. Oder halt in dem Sinne irgendwelche, ja, klassischen Kriegergilden-Aufträge zu machen. Ja. Da gibt's halt noch die Magiergilde und Diebesgilde und, äh... Und noch ein paar kleinere Vereinigungen. Ja, sowas wie die Kaiserliche Legion gibt's ja auch noch. Oder die Morag Tong. Ja, Kaiserliche Legion als kleines Ding zu bezeichnen ist aber auch... Ja gut, aber ich mein jetzt von der Questlänge her. Ja. Ja, durchaus. Ja gut, aber ich würd sagen, das war's dann für diesen Part und im nächsten werden wir vielleicht noch ein bisschen in der Kriegergilde rumhängen. Ich mein, die haben Arbeit und Arbeit könnte uns eigentlich ganz gut passen. Deswegen würd ich sagen, das war's für diese Folge, die wir dann mit einer Impression von einem Tisch mit, ja, mit einer Flasche und zwei Gläsern drauf beenden. Denkt drüber nach, es hat einen tieferen Grund, glaubt mir. Bis dahin, Leute. Ciao. Macht's gut. Und... 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 Und...